so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die orinoco von jorge ja jetzt muss ich noch mal gucken ob das wirklich der name ist ja ist eine batterie die es schon sehr lange gibt sehr sehr lange ich aber nie wirklich beachtet habe nie wirklich sogar gesehen habe kam mir relativ neu vor sogar ganz süß hier eine batterie mit 270 gramm hier werden immer abwechselnd blaue fischer also fische mit blauen sternen geschossen und dann so blaue pionien mit so silber chrysanthem weiden würde ich das jetzt mal nennen ist ja auch egal wir gucken uns die jetzt mal an ich bin da mal sehr gespannt ist denke ich meine batterie für mich aber nicht jedermann weil die auch ruhige effekte beinhaltet also jetzt gucken wir uns die orinoco an von jorge jetzt haben wir eine leise batterie mit lauten zerlegern das klingt natürlich sehr stark das ist die orinoco und die wird mein gast zünden das ist natürlich wahnsinn ja also zünden wir jetzt die omikron genau die omikron variante lustig blau ganz viel blau die leute freuen sich und ich muss ganz ehrlich sagen die zerlegern was sagst du die waren kräftig oder die waren sachtig jorge sehr stark kann man sich kaufen wenn die nicht zu teuer ist mit mit mit